Am Himmel glänzt, ganz hell und fern, der allererste Abendstern. Rings um ihn ist dunkle Nacht, der Stern hält stolz, die Abend wacht. Er schaut zur Erde, auf jedes Tier, blickt auf die Häuser, schaut auch zu dir. Er schickt mit seinem Silberschein dir gute Wünsche ins Haus hinein. Und naht die liebe Weihnachtszeit, trägt er sein schönstes Silberkleid und hält für dich am Himmelsbaum bereit den schönsten Weihnachtstraum. Steig auf den Silberschein zum Baum und pflücke dir dort einen Traum. Der Stern strahlt dir auf deiner Reise, schließ die Augen und sei ganz leise. Damit ja auch in den Genuss dieser wunderschönen Musik kommt. Ich liebe sie. So, ich glaube wir müssen hier einfach nur, genau, wir müssen hier laufen und Pinguine einsammeln. Ja. Und ja, hm, was gibt's dazu zu sagen? Oh, die Musik ist so nervtötend, ganz ernsthaft. Wir sind auf jeden Fall, wir sind, keine Ahnung, wir sind der Yeti und wir haben gerade Schaden bekommen. Ich weiß nicht warum. Okay, können wir hier überhaupt lang? Wahrscheinlich nicht. Ah. Toll, warum kann man denn hier überhaupt lang, wenn man da hinten nicht weiter kann? Das ist total nervig. Ah, okay, wir haben unten auch einen. Toll. Try again. Ich möchte es gerne. Again try. D, 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 d. Irgendwie ist die Auflösung bei dem Spiel auch ziemlich komisch. äh, irgendwie im jeden Fall, irgendwie hab ich das Gefühl, dass sich das Fenster ziemlich verschiebt äh, das bin ich, ich seh's jetzt ich seh's jetzt auch ziemlich irgendwie komisch keine Ahnung, ich weiß es nicht, die Musik die Musik lässt mich nicht nachdenken ich weiß nicht, was hier los ist alter also sowas, das hier, das verbinde ich mit Weihnachten oh Gott es ist so schlimm oh Gott ich kann nur noch lachen okay, rüber da wir haben es geschafft, wunderschön okay, hier war noch, hier war eine Plattform da sind weitere Pinguine, warum muss er Pinguine töten oh, wir haben das erste Level, das nächste Level geschafft ich versteh nicht, warum mir das nicht angezeigt hat da muss da noch was überstehen, das kommt mir hier oben irgendwie so knapp vor egal, nächstes Level es ist nichts, was ich in den Griff bekommen muss ach, naja, wie war denn euer Tag heute so ich hoffe doch wunderschön ich hoffe, ihr habt viele tolle Sachen gemacht Geschenke gekauft, falls ihr noch nicht dazu gekommen seid das frage ich ziemlich oft, ob ihr Geschenke gekauft habt aber es ist halt Weihnachtszeit, da muss man das fragen oh Gott oh nein oh Gott, lasst mich leben nein, wir müssen da hoch oh Gott das ist so schlimm Alter, und wie ich steuern muss das ist genauso oh Gott da werde ich nie rüberkommen das weiß ich jetzt schon ich mache das hier gerade mit den Pfeiltasten Alter, was ist denn das für eine bescheuerte fest der Liebe ah, ich liebe dieses boah, das ist mit Abstand das beste Browser-Game, das ich gespielt habe und ich habe viel nein ich dachte, das wäre eine Wand okay, jetzt komm wir schaffen es oh Gott wir werden es hier nie rüber schaffen wir werden es hier nie rüber schaffen aber ich glaube, mehr als ein Level als dieses Level hier werde ich auch nicht machen wenn nein, aber das ist das ist keine Wand okay okay wir haben es hier rüber geschafft das ist schon mal viel wert wir haben nur noch ein Leben wir werden gleich krepieren wir haben es geschafft wir haben es tatsächlich geschafft ja ich bin so begeistert ich bin so impressed Alter wie ihr wahrscheinlich auch gerade ja tut mir leid tut mir leid, dass ich etwas antue jedenfalls bis zum nächsten Mal ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und morgen sind wir wieder ein bisschen näher an Weihnachten dann ist das nicht schön ach ja tschüss